Yo Leute was geht damit hat er mich geprankt oder was auch immer wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt Leute ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung ganz oben und ich würde sagen Rache süß und Bro ich werde das so machen Leute ich werde so einen fetten Kanister Wasser auf ihn schütteln und dann greife ich so nach sein Handy und sage oh mein Gott Digga dein Handy war da aber als erstes werde ich das Handy erstmal ausmachen ich muss nicht gehen ich kann mich nicht sagen ich kann mich nicht sagen Fuck! Oh, happy time. 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 Oh, shit. Fuck, dein Handy. Oh, shit. Hey, brother. Hey, hey! 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 Bro! Hey, dein Handy! Du, dein Handy geht nicht rum. Hey! Du, dein Handy geht nicht rum. Du, dein Handy geht nicht rum. Ah, Spass, weil ich jetzt noch alles gemacht habe. Ja, Digga, das passiert, wenn man mich prankt, Bro. Was sagst du dazu? Ey, das ist geil. Am Anfang, der checkt das erst mal gar nicht. Erst mal nicht, der schlägt mal weiter. Und dann auch erst... Ich hab mal richtig genossen das Wasser, Alter. Boah. Egal, du brauchst nicht mal duschen, Bro. Digga, mein T-Shirt. Dann kaufe ich. Boah, Leute. Das komplette Bett ist einfach mal nass. Bro, was sagst du dazu? Einfach nur heftig, Digga. Ich hab nicht mal gedacht, dass schon meine Handy ausgemacht ist, Alter. Ich bin grad voll weg, Junge. Da hast du ein Pool gelegen. Da hast du noch mehr als ich genommen. Da hast du noch mehr als ich genommen. Oh, Leute. Da hat die ganze Zeit hintergedacht. Das ganze komplette fünf Lieder. Egal, Leute. Jetzt geben wir uns ein bisschen Sonnen, oder? Ja. Jo, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und, Leute, wie gesagt, sein Video markiere ich euch unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch das. Und wir sehen uns. Macht's gut.